Wir feststellen, die Länder, Innenpolitiker stehen natürlich unter dem Druck ihrer Bürger. Und der Bürger möchte geschützt werden. Und deswegen sind alle, die für innere Sicherheit verantwortlich sind, eigentlich gezwungen, über zusätzliche Maßnahmen nachzudenken. Der Punkt ist, die Polizei ist für die Gefahrenabwehr zuständig. Und Prävention kann man immer nicht beweisen. Nur wenn ein Sicherheitsdefizit da ist und wir es merken, dann ist der Ruf nach dem Staat ja immens groß. Also ich selbst halte Datenschutz für sehr wichtig. Auf der anderen Seite muss man auch sehen, Datenschutz hat auch einen Preis. Also wenn ich Datenschutz extensiv betreibe, komme ich auch in die Gefahr, Täterschutz zu betreiben. Wenn Sie an einem Flughafen abreisen, würden Sie sich, glaube ich, sehr unwohl fühlen, wenn das, was da an Sicherheitsmaßnahmen erfolgt, mit Überwachung nicht erfolgen würde. In Ihrer Bank akzeptieren Sie das doch vollständig. Dann finde ich, kann man das nicht einen Eingriff in Freiheitsrechte nennen, außer derjenigen, die möglicherweise dann nichts Gutes im Schilde führen. In dem einen oder anderen Fall ist das Bundesverfassungsgericht der Meinung, das sei mit der Verfassung nicht vereinbar. Ich räume ein, das ist nicht immer vorhersehbar. Ich habe auch das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung im Grundgesetz bisher nicht gefunden. Das hat das Bundesverfassungsgericht sicher aus guten Gründen kreiert. Aber ich glaube, man darf dann den Innenpolitikern und anderen nicht vorwerfen, dass sie die eine oder andere Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts nicht vorhergesehen haben. Informationelle Selbstbestimmung, ein Begriff aus einer anderen Zeit. Geschaffen von den Richtern des Bundesverfassungsgerichts im Jahr 1983. Jeder Mensch habe das Recht, selbst darüber zu entscheiden, welche persönlichen Daten er über sich preisgibt. Dieses Prinzip leiteten die Richter aus dem Grundgesetz ab, das die Menschenwürde und das Recht auf persönliche Handlungsfreiheit garantiert. Denn wer nicht weiß, was mit seinen Daten geschieht, was andere über ihn speichern und weitergeben, wird in seiner persönlichen Freiheit zu handeln eingeschränkt. Damals gingen die Volkszähler von Haus zu Haus, wollten von sämtlichen Bürgern der Bundesrepublik wissen, wer in einem Haushalt lebt, ob unverheiratet oder als Ehepaar, wo sie arbeiten und was sie verdienen. Das gehe den Staat nichts an, fanden weite Teile der Bevölkerung. Viele Menschen waren empört darüber, dass ihnen eine Strafe droht, wenn sie den Bogen nicht ausfüllen wollten. Die Aufrufe zur Verweigerung sorgten letztlich für das Verfassungsgerichtsurteil. Gut 20 Jahre später stört es weit weniger Menschen, dass künftig ihre Telefongespräche, ihr E-Mail-Verkehr und ihr Surfverhalten im Internet dauerhaft nachvollzogen werden können. Nichts ist im Netz so schnell weggeklickt, wie eine lästige Datenschutzerklärung bei der Anmeldung auf einer neuen Website. Mancher gibt gar freiwillig Dinge preis, nach denen die Volkszählungsbögen gar nicht zu fragen gewagt hätten. Listet in vermeintlich anonymen Online-Gemeinschaften seine Hobbys und Interessen auf, erzählt auf seiner Homepage, wer was in Beruf und Familie gesagt und getan hat oder stellt Fotos online, über die sich Freunde und Bekannte identifizieren lassen. Wir haben eine andere Situation als in der Volkszählung 1983 und 1987, wo man gefragt wurde und sich dann aktiv zur Wehr setzen konnte. Heute ist es ein passives Erleiden oder die Aufforderung, nur etwas zu erdulden. Es ist schwieriger, sich dagegen zur Wehr zu setzen. Wie geht ein normaler Bürger damit um? Ich glaube, er geht nicht damit um. Es wird unmerklich zum Alltag und man kann ja dagegen nichts tun. Also auf einmal ist eine Straße, die man immer benutzt hat, eine Videokamera. Dann wird man natürlich weiter diese Straße nutzen oder eben nicht nutzen, je nach persönlicher Einstellung. Und natürlich immer wieder dieser Satz im Umlauf, wer nichts zu verbergen hat, dem stört auch keine Kamera. Und alle sind sich ja bewusst, dass sie selber eigentlich nichts zu verbergen haben. Letztlich könnte genau das passieren, was 1983 verhindert werden sollte. Eine Einschränkung fundamentaler Freiheiten, eine Gefährdung der Demokratie, eine Fahrt ins Ungewisse. Ich kann mir denken, dass diese Überwachungsneigung letztlich dazu führt, dass man bestimmte als kritisch angesehene Verhaltensweisen doch dann sein lässt. Wenn man tatsächlich nachvollziehen kann, anhand der Ortungsdaten, an welchem Ort ich mich metergenau aufgehalten habe, ob ich an einer Versammlung teilgenommen habe, dann überlege ich mir vielleicht, ob ich an dieser kritischen Versammlung teilnehme, wenn ich zum Beispiel Beamter bin oder wenn ich sonst befürchte, dass diese Daten dann, bei welcher Gelegenheit auch immer, dann den Behörden zur Kenntnis gelangen, was bisher jedenfalls nicht der Fall war. Und das wäre sicher mit dem Menschenbild des Grundgesetzes so nicht in Übereinstimmung zu bringen, weil insofern natürlich ein Konformitätsdruck erzeugt wird. Und zwar ein Stück unabhängig von der Frage, ob denn tatsächlich die Behörden auf die Daten dann zugreifen oder nicht. Der Hunger nach Daten scheint unersättlich. Der Staat baut neue Kontrollinstrumente auf und verschafft sich Zugriff auf Informationen, die von der Privatwirtschaft gesammelt werden. Ganze Firmen leben davon, Daten über Verbraucher zu sammeln, zusammenzufügen und zu verkaufen. Ein riesiger Datenberg, kaum noch zu durchblicken? Wir haben überhaupt gar nicht das Personal. Wer wollte denn wirklich Datenfriedhöfe, wer hat da überhaupt ein Interesse daran, wirklich Datenfriedhöfe auszuwerten? Mit welchem Personal sollen wir das denn machen, um Bewegungsprofile von 80 Millionen Deutschen oder 50 Millionen Autofahrern zu erheben? Das ist doch eine groteske Vorstellung. Also die Hoffnung, dass die Masse der Daten die Gefahr oder das Risiko eines Missbrauchs minimiert, ist leider nicht richtig. Wir haben heute mit elektronischen Datenverarbeitungen Auswertungsmöglichkeiten, die aus einem riesigen Datenwurst es ermöglichen, ganz präzise, je nachdem welche Fragestellungen in das System eingegeben werden, die Daten rauszubekommen, die man auch tatsächlich braucht. Das ist denkbar, das ist aber heute schon in jedem Ermittlungsverfahren so. Denken Sie an Kreditkartenbetrug, denken Sie an Zahlungsströme. In jedem Ermittlungsverfahren wird versucht, über diese Daten dem Täter auf die Spur zu kommen, ihn zu überführen. Das heißt eigentlich nur mit den modernen Techniken auch umzugehen im Rahmen von Ermittlungsverfahren. Da sehe ich jetzt eigentlich keine neue Qualität unter dem Aspekt Datenschutz. Doch die Technik wird in Zukunft ständig besser. Immer mehr ist vorstellbar. Computergesteuerte Videoüberwachung, die auf verdächtige Bewegungsabläufe reagiert. Wenn Menschen plötzlich stehen bleiben, wenn sich Gruppen bilden, könnte das System automatisch Alarm schlagen. Die Suchmaschine, die Personen auf Fotos im Internet identifiziert und mit weiteren Informationen über sie verbindet. Seit sechs Jahren werden die Big Brother Awards verliehen. Doch für jede ausgezeichnete Datenkrake wachsen zwei neue nach. Das Schreckensszenario ist, dass jegliches Alltagsgeschäft, jegliche Regelung, die wir tun, digital erfasst und gespeichert wird. Und dass diese Datenbanken, die bei verschiedenen Unternehmen oder bei staatlichen Stellen entstehen, miteinander verknüpft werden. Wenn man sich anschaut, was heute technisch möglich ist, dann kann einem Angst werden. Da muss man diskutieren, wo müssen Grenzen eingezogen werden, wo muss verhindert werden, dass Daten zusammengeführt werden. Und eine andere Frage ist denn, was soll der Staat, was soll eine Polizei können. Ich glaube aber, dass das das geringste Problem dabei ist. Und wenn wir die Instrumente schaffen, über die sich eine DDR-Regierung enorm gefreut hätte, dürfen wir uns auch nicht wundern, wenn vielleicht irgendwann mal eine Regierung kommt, die es auch nutzt. Man muss schon auch die Interessen der Gesamtbevölkerung wahren. Immer mit Augenmaß. Aber manchmal gibt es auch sehr abstrakte intellektuelle Debatten. Von Polizei und Überwachungsstaat sind wir wirklich weit entfernt. Hilfe, ich trage ein Chip mit mir und kann jederzeit verfolgt werden. Das ist etwas, was Menschen nicht möchten. Kurzum, die Sicherheitsbehörden in diesem Lande sind aufmerksam. Wir werden alle unsere Möglichkeiten nutzen, um Anschläge zu verhindern. Und ich hoffe, dass dies auch gelingen wird. Die Politiker scheinen sich der Dimension ihrer eigenen Beschlüsse nicht bewusst zu sein. Andernfalls würden sie nicht so leichtfertig solche Überwachungsmaßnahmen beschließen. Ich würde mich freuen, wenn die Menschen ihr informationelles Selbstbestimmungsrecht als einen Besitzstand auch stärker verteidigen würden, als das häufig der Fall ist. Das wird als selbstverständlich hingenommen. Aber was in Gefahr gerät, muss verteidigt werden, sonst ist es irgendwann weg. Niemand weiß, welche Bedeutung Daten, die heute über uns gesammelt werden, in Zukunft haben. Die Fülle an Informationen, die über jeden Einzelnen im Umlauf sind, lässt sich schon jetzt nicht mehr überblicken. Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, ob es im digitalen Zeitalter noch eine Bedeutung hat? Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung hat. Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung hat. Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung tat. Das Recht auf informationelle Selbstbestimmungsmacht. Vielen Dank.